Weich an Wow, richtig schön, tiefgängig, könnte man sich nicht leisten, nichts irgendwas zu machen. Die kleinen zu erwischen. So, du schleimst jetzt hier auch noch da hoch. Brody? Ich weiß nicht, die beiden anderen. This is the big problem. Okay, insgesamt gebäude. Okay. Du tust jetzt da hinten hin, machst dann einen Overwatch. Dauer. Ja, ich nehme alles, was ich jetzt tun kann. Ja, reicht doch schon. Ich bin einfach nur hässlich. Okay. 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 viel schaden boah was verkehrt all i need is a clear shot ah nicht so direkt das besser funktioniert Beine reißen es auf jeden Fall nicht weg. Aktionspunkt F1 Gleich, oder? Ich hab das abgetrennt. Lass mich mal erstmal speichern. Und dann gehe ich auf. Auf Kinder. Weil ich dann erstmal mit dem Granatwerfer oder Raketenwerfer auf den schieße. Den Großen. Und danach mit den Kleinen. Mich auch auf den Körper von dem Großen konzentrieren kann. Bin mal gespannt, was rauskommen. Entfernen? Komm! Boah ja, hat vorhin eigentlich minus 70 gehabt. Jetzt schauen wir mal! Die erste Aktion ist mal hier. so wie er das auf hatte er blutet mit 90 hat aber sonst noch 300 tex so wie er das hier ist Die anderen Jungs hier, die sind alle nicht mehr, okay. Aktuell nicht unterwegs. Mir ist weh getan. Einmal sind der Sache. Stand 2. Ja, und du solltest jetzt eigentlich... ...einmal schießen... ...und dann abhauen und zwei Streunixen. ... ... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 40x8. 32. 160. Shoot. Das nächste Mal dann. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 I'm listening. blutet mit 60 hat er noch 110 jetzt schon bei das seltspfläufer oder 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 Let's just get this over with. Nicht mal den. Arrgh. Ich habe mehr Erfahrung, wenn ich das nicht mache. als studie aber es blinkt schon mal zwischendurch wo und wie und 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 Wieso wolltest du nicht gleich Feuer nehmen? 8 Kugeln, die er drin hat, und die sie drin hat. Ah, wo die so beruht. Ich frage mich jetzt nur, wo die beiden anderen sind. Die kauern irgendwo in Panik zusammen wahrscheinlich. Und ich muss warten, bis hier der Schleim weg ist. Warte noch, ah und ein Wackel. Dann kannst du, wenn das denn so ist, nachladen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. vielleicht muss ich einladen ich habe es jetzt auch weg Okay, das war umsonst. Wieder, wieder. Äh? Er steht nach rechts. Er steht nach rechts. Oh, I'm getting there. Hier ist wohl nicht. Okay. Na gut. Oh. 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 Ohne, das die ganze Wude hier zusammen bricht. Oh ned! nicht die türe was für eine du hast Die Chance ist deutlich besser, die Entfernung deutlich größer ist. Wir können ab und natürlich auch da hinstellen. Nee, wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir machen das so. Wie es möglichst nicht auf die Lampe. Hm. Okay. Ja, du kannst eigentlich mal darum fangen. Ja, der ist irgendwo. In Panik. Jetzt kannst du eigentlich wieder. Da hoch. Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Jungs jetzt nochmal hier vor die Flinte kriegen. Ja. 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 Du solltest eigentlich malen, viel Dingens, eilen. Sehr gut. Dann noch. Nein. Ah, sie sind hier. Okay. Großzügig übersehen. Nicht aus der Sicht kommt. Okay. 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 Das ist mein Laden. Ja. Ja. Das ist mein Laden. Okay. 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 Rose. Fahrer. I'll try and get that. I'm overwatched. Sprinting! I hope this helps. I hope this helps. Ja. Ich muss mal fliegen. Ich hab's doch kein Schnips an. Ich spachere, weil er durchschießen kann. Ich spachere, weil er durchschießen kann. Kann er nicht. Er kann. Hey, Nemesis.